Hallo an meine Freunde im deutschsprachigen Raum. Ich komme im August wieder auf eine Tour nach Deutschland und hoffe, wir sehen uns dort. Tickets und Infos könnt ihr unter folgenden Links finden. Die werden jetzt gerade eingeblendet und ich möchte euch einen ganz herzlichen Gruß ausrichten. Ich bin hier nämlich gerade in Montreal, Canada, in Quebec, wo ich gerade eine Show gespielt habe hier in der B-Bam Gallery und ich freue mich drauf, euch in ein paar Wochen zu sehen. Bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017